Das war die 14. Kürra ist vermutlich wie so ein Dosenöffner einmal an der Seite ein bisschen aufgewogen. Abelmi hat er eben schon gehandelt. Eldern liegt zuckt am Boden. Magdalenata, restlichen sind dran. Die, die noch nicht geblitzt sind, das sind alle allerdings geblitzt. Allerdings wird jetzt gelogen, ob man handeln. Er hat die Wunden ignoriert, beziehungsweise er liegt nicht zuckt am Boden. Er wird einmal schreien, bringt den Splitter zur Grube. Bringt den Splitter zur Grube. Und mummelt dann weiter seine Litanei. 8 mal 3 sind 24. Der Homeria ist allerdings nicht so schnell, der bleibt zurück. Zum Glück sind wir vorbereitet. Zum Glück sind wir vorbereitet. Was hast du gesagt, Kyrus? Können die Reste den Boden schützen, den ich einfach wieder erschießen? Wir haben noch einige, die gar nicht geschossen haben, soweit ich weiß. Der hier hat noch nicht geschossen, ne? Ja, aber der geht gerade raus. Wenn die jetzt hier hochkommen, kommen die der Batterie, die im Graben sitzt, in die Kürze. Batterie ist gutes Nahkämpfer. Äh, nein, im Graben sitzen zweimal Fernkämpfer. Hier steht leichte Infanterie. Ja, und die? Hier steht Adlerbonner schützen. Zwei Stück, Kyrus? Ja, zwei Stück. Ja. Ja, die laufen in Richtung Grube. So, ähm... Ja, ich hab noch eine Aktion. Ja, Jarlan ist durch. 21 Keras. Ja, ich wandel meine letzte Parade, die ich nicht gebraucht habe, um und schlag ihr noch mal ins Gesicht. Und da ich Binden hatte, hab ich Plus-Minus-Vier, von daher getroffen. Die Binden, das Binden war doch nur für eine. Ich habe die... Hast du ja dort gebunden. Ich schlag jetzt die vor mir, die mich angegriffen hat, die hab ich gebunden, jetzt hab ich immer noch das Binden aktiv praktisch. Das ist nur für eine Aktion. Ja, ich hab mich vernommen. Ja, aber sein Angriff in der letzten Runde kam ja vor seiner Parade, weil er erst angegriffen hat und dann geschlagen hat. Okay, gut, 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 gut. Schön, dass ihr euch sowas merkt. Äh, ja, Schaden? Ja. Sie kann ja nicht parieren, sie hat ja schon angegriffen. Ich krieg nochmal 10 Schaden. Ja. Auf die 18. Sehr gut. Ich durchgleicher sie langsam. Langsam, aber sicher. Gut. 21 ist durch, 24 Ömer. Ja, Ömer sprintet hierhin, er will nämlich ganz gerne im Haus vorbei, um gleich hier unten was tun zu können, aber ja, das vielleicht ist nichts drin. Ja. Sindschef, oder? Frage zu den Schützen hier. Haben wir diese Runde eigentlich noch nicht gehandelt. Können die auf die schießen? Wenn du jetzt schießen möchtest, geht das, klar. Nee, war nur eine Frage, ob sie das könnten, aber nee, wirklich nicht. Ja, doch, klar, können sie. Aber die fangen jetzt an zu zielen auf die Sklaven. Achso, beziehungsweise, äh, nee, weil sie sind auf der 13 und die, äh, anderen sind bei der 16, also sie können diese Runde nicht mehr schießen. Sie hätten auf der 13 schießen müssen. Nee, nee, ich will nur, dass die anfangen zu zielen. Ja, ziehen könnt ihr die ganze Zeit, das geht auf alle Fälle. So, und Moment. Und, äh, immer. Du kannst erkennen, mit dem verdunkelten Himmel, den Böen, die aufpeitschen, und, äh, dem Regen, der hier immer noch auf euch niedergeht, kannst du erkennen, dass sich wohl irgendwas aus der Luft nähert, gerade als du in Richtung Osten losläufst, um eigentlich die anderen festzuhalten, äh, vielleicht niederzupinnen. Du hast den Kampflärm gehört, kannst du jetzt allerdings ein schrilles Kreischen, äh, hören, was wohl von Osten sich nähert und Flügel dir der Luft scharrennt. Du kannst erkennen, wie das geflügelte Grauen in Gestalt von grässlichen Chimären durch die Wolken brechen. Die aufgewühlte See wälzt sich ein Ding, ein Albtraum gewordene, ein Albtraum gewordene Schiff, vor euch ragt auf, umgeben von einem dämonischen Algenteppich, geschwaden eingefangener Taluken, gebundener Geisterschiffe, angetriebt durch die Qualdreier Seeschlangen, die Plagenbringer, die die Küste jetzt einnimmt. 24 ist durch, Ömer ist gesprintet. Die Magda Leonata auf der Null möchte ganz normal angreifen, genauso wie die anderen auch. Ähm, ja, da würfel ich einfach mal drei attacken. Könnt ihr gleich... Also das Falkenbanner würde vorziehen wollen, aber... Ich würde auch vorziehen. Ach nee, die sind ja gar nicht da in der Nähe. Ihr könnt erkennen, wie alle drei daneben schlagen, wenn ihr dann dran seid, aber ihr könnt auch vorziehen, aber zumindest haben wir diese drei schon abgefrühstückt. So, äh, Abelmir, wir fangen mit dir an, du wolltest vorziehen. Ich würde gerne eine Finte plus drei, die Flammensäbel, machen. Sekunde. Wenn sie sowieso nicht pariert, ist das natürlich nicht sehr sinnvoll. Ich hatte ja gesagt, dass sie... Dann macht Schlaf plus drei. Na, du hast Finte gesagt. Okay. Deswegen ist das ja so toll, dass du dann hier anguckst, was sie tut. Nicht lang. Super. Schlägst du daneben? Aber auch sie schlägt dann eben blind, wie sie ist. Gut, Ömer hatte, äh, Entschuldigung, Abelmir hatte vorgezogen auf der 15. Noch irgendjemand? Drei, zwei, eins. Dann ist Elderns Befleckte dran. Die hacken weiter auf die Magdaleanate ein. Dann müssen wir den Schaden, glaube ich, nicht auswürfeln. Vermutlich wird sie jetzt... Ach so, sie ist sowieso schon tot. Dann können sie dann hier die von Abelmir nehmen. Die werde ich mal zum Objekt machen. Doch die nächste Magdaleanate wird ins Gras beißen. Gut, die Befleckten sind durch. Das Falkenbanner, zwölf. Niklas. Das Falkenbanner ist jetzt ja hier heroisch rausgeklettert. Und da würden jetzt mal, sag ich mal, drei auf den einen Homerier, der den Rückzug von den Sklaven deckt, daherrennen und zwei dem Kapitän aushelfen. Ich denke, die kommen da an. Ja, und ich würde einfach mal den guten alten, allseits bekannten Sturmangriff ansagen. Sturmangriff auf einen Homerier, ja. Das ist mein Junge. Der eine trifft wahrscheinlich nicht, der andere schon. Ja. Der eine rennt wahrscheinlich voll in die Klauen so. Das wären dann, ich nehme an, die haben Säbel, 5 plus 8 sind 13. Außer, der hat weniger GS. Hören wir mal den Schaden? Habe ich schon. Wo denn? Also 13 wären das. Okay. 13 Schaden? Ja. Also wenn es ein Säbel ist, 2 plus 3. Und dann, wenn sie GS 8 haben, sind das halt 4 GS und plus 4. Ja, Großzugschutz von 6, dann haben sie trotzdem keine Wunde. Das passt, dann kannst du da weiter an dem Homerier herumzergen. Das ist, wie gesagt, der ist dafür ausgelegt. Also der Plan ist halt von den beiden Falkenwanderern da irgendwie den Homerier auf sich zu lenken und vom Kapitän abzulassen. Der Krieger hier hat eine höhere Initiative, aber der will auch dich binden. Das heißt, wenn du auch auf ihn zuläufst, dann ist das dem sehr recht. Dann kommen die drei Sturmangriffe, die auf, na, obwohl, ne, die wollen den parieren. Die wollen den parieren. Die rennen da einfach nur hin und machen, die haben Schilde, ne? Das hat, ja, die Leiterinfanterie hat Schilde. Ja, dann stellen die sich da in die Schildformation auf und, ja. Gut, dann können wir das einfach mal auswürfeln. Du würfelst zweimal, ich würfel zweimal. Meine beiden wären gelungen. Mit der 17 muss das wohl nicht schaffen. Warum mit Schild? Mit Schild kommt noch eine Zusatzparade, sozusagen, über der Restlanddecke. Ah, ja, schon mit Formation, ne? Genau, eine Zusatzparade. Ja, easy. Sein, sein, ja, der eine Falkenwanderer hat schon fast die Klaue um den Hals gelegt bekommen, als der Kamerad sich todesmutig daneben stellt und mit dem Schild die Klaue wegdrückt. Das Falkenbanner hält zusammen. Okay, so, dann sind jetzt die Schützen hier oben dran. Die wollten einmal zielen und dürfen schießen. Die hier kriegen das noch nicht mit, weil die versteckt sind, aber ich lass dich erst einmal auf diese... Ne, ne, ich lass dich, also die Schützen lassen die näher rankommen. Ne, du kannst nicht weiter verzögern. Es sei denn, du lässt diese Kampfrunde komplett ausfallen, weil, wie gesagt, die laufen auf die 16 und du musst schießen auf die 13 und ich lass dich deswegen auf diese Entfernung schießen und nicht, wenn die näher dran sind. Das wäre ja total scheiße. Dann sagst du es einfach an, du zielst zwei Aktionen, diese Runde. Das wäre möglich. Dann ziehen wir jetzt einfach weiter. Aber ich kann ja nächste Aktion vorziehen. Ja, dann schießen Sie, du hast recht. Also, ich kann jetzt einmal 16 so laufen und dann nächste Aktion nochmal 16 vorziehen. Ja, und schießen. Ja, klar. Ich möchte kurz zum Bedenken geben. Technisch gesehen, wenn du zwei Aktionen läufst, findet ein Teil des Laufs ja erst in der Aktion statt, die ja eigentlich erst acht in die Phasen nachteil hat. Ich schieße jetzt einfach. Okay, auch egal. So genau haben wir das noch nie gehandhabt, jahrlang. Wie bitte? So genau wurde das noch nie gehandhabt. Ja, ich weiß. Und jetzt kommt es. Die hohe Initiative ist immer von Vorteil, nie von Nachteil. Sie haben zwei Aktionen gezielt, ja, also. Ich weiß nicht, was Sie sind. 12, 13, die 19 wird wohl nicht treffen, aber die 3 und die 11, dann darfst du das viermal, äh... Auf wen haben sie geschossen? Äh, auf verschiedene. Also auf die ersten beiden. Die halten ja quasi so ein Dingensens in die Luft. Denkt dran, dass da 10 Schützen stehen. Ja, da sind 10, das sind auch 5. Ja, aber die anderen sind nicht in der Nähe. Doch, die sind 30 Meter weg. Also ich meine, die konnten vorher nicht zielen und... Ja, doch, warum nicht? Ja, dann brechen die Sklaven höchstenscheinlich zusammen. Ja, komm hier, ich würfel auch nochmal für die anderen. Sieht auch gut aus. Ja, das war auch, wie gesagt, aus dem Hinterhalt. Sollte eigentlich... Ja, klar, also... Die ersten beiden Toten. Ja, mit Pfeilen gespickt. Und das Falkenbanner schält sich jetzt hier raus und... Ups, falsche Taste und... Rennt auch die zu. Ja. Und die hier müssen nachladen. Die hier bringen sich hier in Position. Und die laufen immer hinterher. Gut, dann haben wir die 12 durch. Die 13 durch. Die Homeria haben auch schon. Abelmir hatte, glaube ich, vorgezogen. Ich möchte ganz gerne vorziehen. Warte kurz, warte kurz. Abelmir hatte, glaube ich, schon gekämpft, ne? Einmal, ja. Eine Attacke. Eine Attacke. Ich glaube, ja, aber die vor dir ist auch zerstört. Ich würde mich jetzt sechs Schritt bewegen. Kann ich ja machen, eine Aktion, oder? Ja, wenn du nur eine GS von sechs hast. Ja, hab ich. Eine fünf Schritt bis dahin. Reicht das? Mal kurz gucken. Reicht. Alles klar. Die Magda in der Nata sind auch alle durch. Eldan liegt immer noch Zugang am Boden. Dann muss Jaland gar nicht mehr vorziehen. Du bist dran. Okay, die beiden Homeria haben nichts getan. Achso, warte mal. Die haben... Der hier hatte da angegriffen. Das habe ich schon ausgewürfelt. Und der greift dich auch nochmal an. Der greift mich einmal an. Zweimal. Zweimal. Halt dich einmal gegen. Greift dich zweimal an. Gut. Ich muss gerade schauen. Helle Bade. Eins und zwei. Oh, sehr gut. Hm, gar nicht mehr so gut. Dann... Ja, das verliere ich auf jeden Fall. Ich habe auch die Plusphäre nicht angerechnet. Ich kriege trotzdem halben Schaden einmal. Eins, zwei. Er kriegt neun. Bisschen in den Zunge. Äh, nee. Bei neun ist mir die Zone egal. Gut. Geben mir das noch drauf. Kopf könnte sein, ne? Kopf kannst du nochmal... Nee, kein Kopf. So, dann kriegst du einmal 14 in dein rechtes Bein. Und... Fünf, sieben. Zehn in den Schwerter. Und das ist nichts. Das ist keine Wunde. Wir machen weiter. Gut. Jalan war auf der... Ach, zehn. Ähm, ja, richtig. Ich bin dran. Einmal gegenhalten. Gegenhalten habe ich. Ich möchte einen Schritt tun und den... Urpriester umhauen. Dann geht mich der Hummerian, ja? Äh, richtig. Dann machen wir ganz normal einen schönen 6er-Wuchtschlag. Auf welchen? Dann komm, diesen hier? Auf dem, bei dem ich stehe. Ja. Ich wollte gerade sagen, sonst würdest du dich aus dem Kampf lösen und er hat dann einen Passierschlag. Richtig. Was soll der Geist? Mach mal ne 8 draus. Äh, sorry. Sorry. Ich muss erst angreifen. Kann man ja versuchen. Das ist geschafft. Und hier die 8 drauf, plus 1 vom Waffenbalsam. Ja, hier am Schaden vom Schaden hast du schon... Du hast den Schaden oben schon gewürfelt, die 1 oder die 2 jetzt. Ja, ja. Naja, nee, 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 12. War schon umdrücken. Ich war schon umdrücken. Nehmen wir die 20. 17, 20. Schwertarm. Ja, kannst du die Szene beschreiben. Ja, Yalan kommt von der Seite, während, er hat sich vermutlich nach dem Schlag, den er geführt hat, gerade umgewendet, um sich dem Falkenbanner zuzuwenden. Da kommt Yalan von der Seite nach vorne gesprungen und haut ihm einen der, einen der unteren beiden Arme ab von der Seite. Haut ihm das um? Reicht der Schmerz? Oder steht er noch? Ja, fülle ich gleich mal aus. Moment. Die Selbstbeherrschung von dem Homeria, die Kampfmaschine, ne, mit der 20 drin schafft er das nicht. Liegt er am Boden. Nicht tot, aber ohne Arme und kaputt fähig. Ja, und wir erinnern halt der, welche Farbe auch immer, wer er Blut hat. Wo ist eigentlich unsere Arche? Auf dem Weg, also Kiaras hat er das Zeichen gegeben. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich da hinbrauche. Eine Meile entfernt. Du könntest sprinten. Eine Meile Entfernung. Dann bräuchte ich nochmal da hin. Also, rechnen wir mal kurz. Ein Kilometer, wo du sprintest, sind GS 18. 1000. Ist das 18 mal 30.000? Ne, also eine Meile. Also, mein Dokument sagt mir, Sprinten ist GS 20. 18. GS 18 heißt ja 18 Meter pro Sekunde, oder? Genau, 18 Meter pro Sekunde. Mal 3,6 sind etwa 60. Nö, im Sprint ist es nicht. Ein Kilometer pro Stunde. Ja, aber im Sprint bewegst du dich ja dreifache GS. Ich wollte sagen, Geschwindigkeit ist dreifache GS und das ist dann pro 3 Sekunden hier eine DSA-Runde. Also, es ist wieder 60. 18 Meter pro Sekunde und du hast 1000 Meter, die du überbrücken musst. So, geteilt durch 18 sind 55 Sekunden, also eine Minute. So, dann müssen wir leben. Ja, dann viel Glück, Jungs. Die Marus. Moment, die Marus rücken jetzt auf die 12. Large, das reicht mir. Das heißt, du brauchst 18 Kampfrunde, oder? Die Leder-Schwingen sind auf der 11. Oha. Gut, na, Jalan bin ich dran. Jalan hatte gewürfelt, Jalan ist durch. Ich sehe richtig, dass das Mädel hinter mir kaputt ist und ich nur noch eine vor mir habe, die mich getroffen hat. Die wird jetzt auch gleich, wenn du möchtest, zermanscht von den Gruppen von Eldern, aber ja. Nix, die hört mir. Ich greife dreimal an. Ich wandle eine Parade um und eine bin und nutze ich tot von links und haue dreimal auf sie drauf. Die erste trifft nichts. Der zweite trifft. Ja, sie hat ja schon attackiert, hat er nicht getroffen. Und parieren kann sie nicht. Jetzt haben wir 11. Und einmal nur 3. Die 11 und die 16. Die 11 und die 16. Und dann wird sie wohl auch tot zusammenbrechen. Kannst gerne die Szene beschreiben. Bekommt auch eine Torso. Also sie bekommt eine Wunde, aber sie kann die Wunde ignorieren. Aber den regeltechnischen Schaden kannst du ihr trotzdem geben. Ja, weiter aus dem Meer habe ich erwartet. Aber ja, so ein bisschen nach links, nach rechts ausgewichen in ihrer Waffe. Stich dann immer wieder auf sie ein und dann, nun, sie haut weit einmal vorbei und dann reicht es mir auch. Ich sehe, wie hinter mir die Truppen rausstürmen. Stich zu, stich mit der linken zu und dann wieder mit der rechten direkt in ihre Brust hinein. Zieh einfach nur den Rapier wieder raus. Was für eine Verschwendung. 24. Ja, da die Sklaven sich nicht bewegt haben, sich auch nicht mehr nachher bewegen dürfen. Außer sie haben jetzt hier höher als 24. Ne, sie sind überrascht. Sie sind überrascht, sie wissen jetzt auch nicht, was sie machen sollen. Ihr Plan war eigentlich, mit dem Splitter loszulaufen. Aber aktuell sind sie noch nicht anders fähig. Ja, eine Aktion, bis er mal hier oben ist. Er wollte eigentlich noch weiter rennen. Bemerkt dann aber, dass jetzt hier eben Leute sind. Und ja, hält an und zieht einen Pfeil aus dem Köcher. Und legt ihn auf den Bogen mit einer Aktion. Und das war's für die Kampfmuster. Ja. Du kannst wie gesagt vor dir jetzt die Gruppe erkennen. Eine ganze Menge an geflügelten Wesenheiten, die jetzt durch die Wolkendecke hindurch bricht. Lederschwingen, die du vielleicht schon durch Erzählungen auf dem Schiff kennengelernt hast. Wenn man sich von dunklen Wesenheiten erzählt, die irgendwann einmal die gezeigten Spinne angegriffen haben. Was allerdings umso mehr sie in Schrecken hüllt, sind die Wesen, die sie in ihren Armen tragen. Beziehungsweise mit ihren Beinen, die ausgeprägt sind, Krokodilwesen, Marus. Die unheimlichen Kreaturen, die den Tudermiden so verhasst sind. Ja, überruf mit einer freien Aktion. Feinde, Osten! Feinde, Osten! Vorgerutscht und zieht jetzt deine Aufmerksamkeit auf dich. Was es ist, erfahren wir nach einer Pause. Ömer, du kannst erkennen, dass vor dir die Sänfte, die heruntergefallen ist, ein kleiner Gegenschnitt heruntergefallen ist. 20 mal 15 mal 8 Finger groß. Der Splitter. Umspielt von einem blauen Klosen in alle Richtungen sich ausbreitende Schatten, zuckende Tentakel, die hier an Wände geworfen sind, die gar nicht existieren. In andere Sphären geworfen werden. Das Bild brennt sich niederhöllisch in dein Auge hinein. Gezackt an den Rändern träge, fließend im Inneren Blitze. Bruchkanten, die alte Krone von Borbarat, die das Diesseits verletzen, die Sphären schänden. Immer wieder unruhige Entladungen, die auf dir entlangzucken, auf deiner Hornhaut. Ein Fremdkörper, der im Fleisch der Schöpfung brennt. Nächste Kampfrunde. Wir fangen an mit der Elf Eldans Befleckte. Ja, die chargen den nächsten Gegner, den die sehen. Ganz egal, wer das jetzt ist. Also wenn die alte noch lebt, die... Die hat gerade Kiaras umgebracht. Dann steht hier noch... Die beiden sind drinnen, ich weiß nicht, ob ich das sehen. Ja, doch, können sich auf alle Fälle aufteilen, wenn du willst. Dann gehen die hier vier hin. Wir passen uns hier auf den Homeria. Ja, geht auf alle Fälle. Ich muss sie noch einmal rumbringen. Und zum Objekt verwandeln. Gut, Aktion, Bewegung, ich muss gerade mal schauen. Das sind neun, zehn Meter. Da sie keinen Sturmangriff machen oder sprinten, dann... Die können auf alle Fälle mit zwei Aktionen dorthin laufen und dann diesen Homeria abkreisen. Beziehungsweise meinetwegen auch Globoman Guriak, der Paktierer der Prozession. Er wird ja jetzt erschossen. Elf ist durch, die Lederschwingen sind dran. Die Lederschwingen fliegen mit einer unheiligen Geschwindigkeit, tragen die Marus, die weiter verharren, sich orientieren, während sie auf euch zufliegen. Und ja, ich muss mir gerade noch einmal die Geschwindigkeit fliegen von den Lederschwingen anschauen. Die Geschwindigkeit ist 15. 15 mal 3. Oh yeah. Die Lederschwingen sind hier und die anderen hängen da drunter dran. Beziehungsweise, was mit Panigan ist und Vespertilio, das könnten wir uns gleich nochmal angucken. Aber die Marus sind auf alle Fälle in den Lederschwingen, beziehungsweise getragen davon. So, damit ist die Elf durch. Die 12, das Falkenbanner. Ja, das Falkenbanner kämpft hier weiterhin heroisch gegen den Homeria. 1, 2, 3 Attacken. Da wäre ein Patzer und ein Nichttreffer bei. Ich wollte gerade sagen, schauen wir mal an. Sieht aus wie ein Patzer. Das sieht sehr aus nach einem Patzer. Dann kannst du nochmal schauen, was da passiert. Und zwei Attacken von Homeria. 22. Oh, da passt er auch. Ja, Tiere und Dämonen patzen nicht. So, Homeria macht einmal Hellebarde. 13. Dann kannst du da nochmal parieren. Das schafft er nicht. Aber sein Kamerad neben ihm versucht für ihn zu parieren. Also ich weiß nicht, ob es mit der 15 schafft. Ja, hat er wahrscheinlich denjenigen, der gerade in seinen Arm reingestolpert ist, wollte er gerade aufschneiden. Die mit der Hellebarde dann einmal zerteilen. Aber da kannst du natürlich das Schild dazwischen halten. Das unheilig knackt. Schauen wir mal, was passiert mit dem Patzer. Wirf mal bitte auf der Patzer-Tabelle. Hab ich schon, stolpert. Oder nochmal. Achso, ja, du kannst ja auch mit der Patzer-Tabelle... Achso, hast du tatsächlich gemacht. Okay, Entschuldigung. Dann verliert er Initiative. Soll so passen. Falkenbarnas durch. Die Schützen. Der eine Falken... Ja, der macht ihm Schaden. Das würde wahrscheinlich wenig interessieren. Ja, ein Schaden, der durchkommt. Die Schützen. Die beiden Schützen hier... Ah, weiß ich nicht. Haben die Leder-Schwingen schon gesehen? Ja, die können das auch erkennen. Ja, wahrscheinlich ein wenig Flashback an den Aufbauten in der Dämonenarche, wo ihre Kameraden runtergefallen und verbrannt sind. Ähm, würden sich jetzt den fliegenden Gegnern zuwenden, da die Sachen da unten scheinbar unter Kontrolle sind. Und ja, einfach mal auf die Leder schwingen, in der Luft schießen. Ja, versucht sein Glück. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch auch gut aus. Ähm, da gucken wir uns... Ah, okay, gut. Ganz generell hätte ich jetzt sonst auf der Fernkampftabelle nachgeguckt, wie das aussieht mit schnellen Feinden. Ich glaube, bei den Würfen wird das fast egal sein. Ich gehe trotzdem noch einmal durch. Ich gehe trotzdem noch einmal durch für alle. Ähm, die Zielgroße. Sie sind Menschengroß. Plus zwei Entfernung. Äh, ist wahrscheinlich nah. Oder sehr nah. Ist also plus minus null. Dann... Ist die dritte Reichweite bei 21 Meter. Ja, das ist natürlich mittel. Ist schon plus vier. Ist kurzbogen. Schon plus vier. Dann sind wir jetzt beinahe... Plus zwei, plus vier sind plus sechs. Und sie sind schnell. Oder sehr schnell. Sehr schnell wahrscheinlich mit GS-15. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Ausweichbewegung. Also sehr schnelle Bewegung. Plus vier. Also zehn. Dann sind wir schon mal bei einer plus zehn. Und Sichtverhältnisse. Es regnet. Und wir haben keinen Dunst. Aber ich gebe einfach mal für den Regen eine plus drei. Nicht so heftig wie Nebel. Ich gebe mal eine plus drei. 13er in Schwernus. 13er in Schwernus. Farbenblind kurzsichtig. Munster Steilschuss nach oben. Plus vier. Steilschuss nach oben ist wirklich auf alles unter zehn Meter Entfernung. Steilschuss, alles andere ist gekommen. Steilschuss. Ah, hast recht. Alles klar. Also 13er in Schwernus. Weiß nicht, ob die das schaffen. So, 13er in Schwernus. Du hast gewürfelt eine vier. Und eine drei. Und eine drei. Und eine drei. Und eine drei. Die drei. Untertitelung des ZDF, 2020